Weiter fragt der Polit-Talk im Norden. Neustart oder Ausverkauf? Wie ist TTIP noch zu retten? Aus dem Innovation Campus der Handelskammer Hamburg. Ich möchte TTIP nicht retten, so wie es jetzt gelaufen ist. Es ist erstmal ein richtiger Stoppschnitt notwendig. Voraussetzung wäre ein Neustart und das heißt, dass auch eine Korrektur nochmal stattfinden müsste. Ohne Neustart wird es kein TTIP geben und es macht überhaupt keinen Sinn, ein Abkommen anzustreben, was in der Mehrheit der Bevölkerung auf breite Skepsis stößt. TTIP ist der Missing Link, weil auf der anderen Seite zwischen den USA und Asien sich natürlich gleiches anbaut. Das ist, glaube ich, da unterschiedliche Ansätze, über den wir reden. Sind Sie denn, Herr Dürer, wenn ich da mal weitermachen darf? Ich sage freundlich erstmal ja und aufpassen, dass wir die Standards einhalten. Es gab eine Kanzlerin, die hat gesagt, da wo ein Wille ist, ist ein Wille. Von mir aus auch das, dann soll sie da jetzt weiter dranbleiben. Mach ich doch gleich. Machen Sie gleich? Mach ich gleich. Das ist, glaube ich, eine Form von Diskussion, wie wir sie brauchen. Also das ist eine runde Sache und ich gehe jetzt mit Freude nach Hause und habe da meinen Spaß daran. Pfeiffer fragt der Polit-Talk im Norden. Samstag, 16. Juli, 18 Uhr auf DRF1.